Und weiter gegen Armys Abenteuer in der Mondhöhle in einem neuen Part von Okami HD. Yeah, und ja, wir stehen wieder bei der Kanone. Hier haben wir ja das letzte Mal nicht so recht weiter gewusst. Aber ich habe dann doch nochmal nachgeschaut kurz. Und es ist genau wie ich vermutet habe. Weil wir müssen nämlich da hinten die Wand treffen, da wo dieses Banner ist. So, und das müssen wir jetzt versuchen zu treffen mit dieser Kanone. Denn dort hinter verbirgt sich ein Eingang. Und das war jetzt schon gut. Nein, es hat genau gepasst. Perfekt. Yay! Hahaha, auch gut. Ich habe gedacht, das würde nicht hinhauen. Aber gleich beim ersten Mal. Yay! Vorführeffekt. Nein, Vorführeffekt ist ja immer dann, wenn es nicht funktioniert. Aber dass das jetzt gleich beim ersten Schuss funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Stimmt, man müsste hier ein Loch bei ihm schießen. Ich meine, irgendwie war es ja klar, dass man irgendwas damit aufspringen muss. Weil die Kanone schlägt ja da nicht umsonst. So, dann schauen wir doch mal, was ich jetzt hier erwartet. Okay, und dort hat ein kleines Steinchen. Oh, ein Gegner. Oh, der durfte uns eigentlich nicht aufhalten. Okay, was auch immer das war. Mein Freund, du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Das ist ja immer noch da. Kusch, kusch, kusch ins Körbchen mit dir. Was für ein Empfang, würde ich sagen. Ich hätte erstmal gleich wieder von einem Yo-Kai angegriffen. Kannst du bitte Steine zerschneiden? Gut. Okay, haben wir eine Feuerflüge. Hm. Ah, okay. Da hinten haben wir zwei Einflügelöcke. Erstmal ein bisschen die Krüge plündern. Da sind zwei Krüge. Okay, da sind... Tatsächlich... Okay, warum kriege ich den hier nicht kurz? Da ist ein Appel drin. Okay. Da ist auch noch ein Eisblock. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie kommen wir da jetzt ran, wenn die Feuerkugel da hinten ist? Ah, Moment mal. Ich glaube, diese Feuerkugel können wir rollen. Ja, okay. Ja, okay. Ah, so bekommen wir sie also raus. Schön, jetzt dürfen wir eine Feuerkugel durch die Gegend schieben. Aber wir dürfen sie natürlich nicht berühren, weil wir sie einen Schaden nehmen. So, ich glaube, die Feuerkugel... Ich glaube, ich könnte sie jetzt gleich wieder aufladen. Aber hey, wir fragen uns das alles. So, irgendwie bekommen wir diese Feuerkugel hier und dann ist es hier. So, Moment. Roll, Feuerkugel, roll. Roll, rolle, rolle, rolle. So, so ein bisschen rollen musste schon noch. Oh, da ist... Ah, okay. Ich sehe da schon mein Juppei-Tor. Ähm. Wir bringen aber auch schon mal... Boah, aua. Das wäre nicht mein Plan gewesen. Die anderen Eisblöcke hier zum Schmelzen. So, das reicht. Völlige Knochen-M. Ja, können wir immer gebrauchen. Sehr schön. So, kommen wir... Und lag bei uns jetzt. Ja, warum nicht? So, mehr ist hier oben, glaube ich, auch nicht. Nein, das sieht nicht danach aus. Okay. Dann können wir jetzt also hier ruhen. Okay. Wir können versuchen, mich aufzuhalten, aber es wird euch nicht gelingen, liebe Freunde. Na ja, ich meine, wir sind keine Freunde, aber... Na ja, ich meine, wir sind keine Freunde, aber... Hm, das wird nicht funktionieren. Aber der scheint im Mund gegen diese Hintenstriche zu sein. Hm, was könnte da nur drin sein? Ich wette... Was ist denn da drin, diese Hintenstriche zu sein? Obwohl, erst... Hügelblendern! Das ist jetzt erstmal wichtiger! Nein! So! Ah, Schwarz-Dimmelhorn. Wann das in Gewürze getaucht wird, für Orashis Vorspeise. Das wird sogar nicht so viel Gewürzen angewürzt. Okay, gut! Damit dürften wir jetzt eigentlich die letzte Zutat gewunden haben. Das waren ja insgesamt nur... 1 oder 4? Ich meine 4. So, jetzt raus hier. Jetzt müssen wir nämlich wieder noch unten... Okay, okay! Also ganz runterspringen will ich aber auch nicht. Bei uns passiert ja eigentlich nichts, wenn wir jetzt runterspringen. Hui! Da, alles noch heilen. So, dann wollen wir dem Dutzki mal die letzte Zutat bringen. Also den Krupp. Oh, woher hast du? Speichern. Speichern ist wichtig. Ich bin lieber auf der Sichtgrundseite. So! So! Alles klar! So, ich habe die letzte Zutat gefunden. Was haben wir denn hier? Du hast eine der Zutaten gefunden. Ich bewundere dich, Puderquaste. Nämlich nicht Puderquaste. Puderquaste. Wir geben Schwarznimmel vor. Hihi! Mit jeder geheimen Zutat, die ich hinzufüge, soll meine liebe Verlaut-Oransi schwachsen. Oh, woher. Okay, jetzt habe ich alle geheimen Zutaten. Es ist an der Zeit, mein Spitalgericht fertigzustellen. Ergötz deine Augen an meinen tollen Fähigkeiten, Schätzchen. Mit ganzem Herzen und lebender Inbrunst werde ich eine Symphonie erschaffen aus dämonischer Vollkommenheit. Schöne ich nicht. Das ist aber schön so. Bitte schön! Das Kronjuwelle unter den Vorspeisen bringt garantiert den vollen Geschmack der Hauptspeise voll zur Geltung. Hier ist mein ultimatives Meisterstück. Misthaufen, Schleimeimer, Gulasch. Klingt sehr appetitig. Dadurch wird die Hauptspeise Kushi tausendmal besser schmecken. Nun, wir dürfen Lord Orashi nicht warten lassen, Schätzchen. Gehe zur großen Halle und Leute, die Speiseglocke. Das wird die Feststellung meines Meisterwerks Meisterstücks verkünden. Fertigstellung. Ähm, der Klang dieser melodieösen Glocke soll der Auftakt sein für Lord Orashis blutiges Festmahl. Oh, Mann. Ich sollte vielleicht vorher nochmal speichern. Nur zur Sicherheit. Denn wer weiß, was uns jetzt gleich erwartet. Ich denke, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass wir gleich Orashi gegenübertreten dürfen. Eigentlich möchte ich die Glocke nicht läuten. Aber wir müssen die Glocke läuten. Ich meine, wir werden es zu verhindern wissen, dass Kushi zum Hauptmal des Orashi von Orashi wird. Wir sehen. Dann wollen wir doch mal schauen. Kann ich eigentlich Ach ja, natürlich. Hier ist ja auch eine Feuerkügel. Ach, sehr schön. Hier ist also auch ein Wasserbehälter. Aber gut, wir wollen jetzt die Glocke läuten. Aber auch nicht Verlöse. Oh, Moment. Uh, da kommt er gar nicht hin. Doch, es hat doch Platz. Goldener Pfirsich. Mysteriöse, was mystische Frucht füllt den Magen komplett. Sehr schön. Ey, Dud. Du kannst die Glocke läuten. Die Vorspeise ist fertig. Das Mal ist fertig. Leute, die Speiseglocke. Leute, sie so oft, wie Lord Orashi Köpfe hat. Die Glocke zu läuten ist eigentlich meine Aufgabe. Aber zu sehen, wie du die ganze Zeit darauf wartest, sie zu läuten, werde ich dir die Ehre diesmal überlassen. Das ist so nett von dir. Setze deinen ganzen verfluchten Körper und deine ganze böse Seele dabei ein. Lass sie wild und laut erschallen. Äh, wie viele Köpfe hat der denn? Ich glaube, es waren sechs oder sieben. Falls wir die Glocke treffen sollten. Oha! 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 Da fährt sie hinauf, die Vorspeise. Oha! Ist ja schon wieder unten. Ähm. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich noch mal hin, wenn wir nicht in den Wasser? Oh! Stahl! Okay, aber dies ist nicht der richtige Augenblick, um herumzuspielen. zu spielen. Ey, du! Das war ein Stress. Ich wünschte, ich hätte Lord Roshis Thronensaal nicht gesehen. Dieser Ort hält noch an sich, das mir Angst macht. Tut mir leid, Kumpel, aber würde es dir etwas ausmachen, den Aufzug noch einmal zum Thronensaal zu bringen? Was? Bist du verrückt? Ach, komm schon. Bitte, bitte. Ich meine, ich möchte auch einen Blick in den Thronensaal von Lord Roshis werfen. Bitte, nur dieses eine Mal. Aber wir sind doch nur kleine Untergebene von Lord Roshis. Lord Roshis wird uns mit Sicherheit auffressen, wenn wir während seinem Mal hereinplatzen. Willst du den Thronensaal wirklich so gerne sehen? Ja, ich möchte gehen. Es ist unsere Aufgabe, zu gehen. Ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ich werde dich zum Thronensaal bringen, wenn du ihn so sehr sehen möchtest. Schließlich liebe ich es, diesen Aufzug zu bedienen. Ja, siehst du, so hast du nun mal deine Aufgabe. Also kannst du diesen Aufzug in Bewegung sitzen und mich zum Thronensaal bringen. Bitte. Okay. Oh, wir müssen auch nach Treppe laufen. So was aber. Hallo. Hä? Was willst du denn hier? Die Frage ist, was willst du hier? Wer hat dich hier raufgelassen? Hat der du dich etwa hier auch raufgelassen? Ich meine, warum bist du hier oben? Als ob jemand so bei ihm vorbeikommt, so, ach, ich will noch ein paar Sachen kaufen. Mein neues Gesicht hier. Du musst ganz schön mutig sein, hierher zu kommen. Du auch. Willst du Lotto-Roschi eine Opfergabe bringen? Davon habe ich einige. Einkaufen? Ja, nein. Was hast du denn anzuregen? Einiges würde ich mal sagen. Brauchen wir denn davon noch was? Wie viel zeitweise die Verteidigung nicht? Ne, so viele wollte ich davon jetzt nicht. Machen wir mal so fünf. Nehmen wir von denen mal so fünf. Oh, ich habe ja fast kein Geld mehr. Oh, super. Super. Diese Vorspeise stinkt. Lass das eklige Zack hier. Dieser Urashi wird die arme Kushi noch auffressen, wenn wir uns nicht beeilen. Los, weiter. Lass uns diesen Riesenwurm finden. Boah, den werden wir schon finden. Aber Moment, ich möchte kurz spielen mit der Unendlichkeit richtet das Böse. packen es. Oh, das setzt sich von allein jetzt zusammen. Probieren wir die Waffe mal aus. Die haben wir ja neu dazu bekommen. So. Natürlich, bevor der wahrscheinlich große Shodan gleich losgeht, vorher noch ein paar Krügeplätten. Ich kann einfach nicht anhören. Leute, es ist genau das gleiche Phänomen, es ist genau so das gleiche Phänomen wie bei Zelda. Immer muss ich die Krüge kaputt machen. Ich meine, man weiß ja nie, was man hinterfindet, ne? Drunter findet, drinnen findet, was auch immer. Wo? Okay. Ein schnell Speicherpunkt. Genau. Wir sind auf dem Weg zu dir und werden dich deiner gestrechten werden dir deine gestrechte Strafe bringen. Was du zwar noch nicht weißt, aber hey, es geht weit hinaus. Oh man. Okay. Mami, sieh mal, hier drüben. Das ist Kuschie. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Kuschie. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hallo, Rassi! Oh, wilder Gott, der Himmel! Hundert Jahre sind vergangen, seitdem du mich hier eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich ins Stein verwandelt hast? Hundert Jahre in einer kalten, steinigen Ruft! Du stinkst nach Verwesung! Hey! Nur mal halb lang, wenn ich bitten darf. Ich hab genug gehört! Das reicht, Großer! Okay! Ich darf mal gegen ihn kämpfen! Sehr schön! Dieser Cheater hat ein Schutzschild! Was sollen wir jetzt tun? Irgendwelche klugen Ideen, Fake-Noi? Hm... Oh, oh! Lauf, Gushy! Lauf! Lauf um dein Leben! Bleib sofort stehen, Edelner Lindwurm! Wen haben wir denn da? Ach! Susannu! Du bist gekommen! Ich wusste, dass du kommen würdest! Hab keine Angst! Susannu ist hier! Roshi und ich haben eine Rechnung zu begleichen! Okay! Alter! Hast du dir das auch gut überlegt? Lange habe ich auf die Ankunft gewartet, oh Nachfahre von Nagi! Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben! Dass du beid... Was das uns beide verzehrt! Die Nachfahren von Nagi haben mich hier über hundert Jahre eingesperrt! Aber jetzt ist diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird! Ein Pakt zwischen Nagis, Nachfahre und mir, den großen Orashi! Seine finstere Kräfte gehen jenseits einer Vorstandskraft! Lasst uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeit besiegeln! Und was zur Hölle spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susannu hützt die wahre Macht von Orashienfesseln? Oh Herr, der Macht sucht! Deine erste Chance ist vertan! Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bonn zu besiegeln! Sprich die Worte! Ich wünsche Finsternis über die Welt! Sprich dieses Gebet zu mir und besiegel unseren Blutpakt! Auch du sollst finstere Kräfte jenseits unserer Vorstellungskraft haben! Orashie wird Susannu in Versuchung! Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war es, der dem Alten die Albträume beschert hat! Jetzt sprich das Gebet! Lass die Worte ganz tief in dir heraus! Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes! Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun! Ich bin ein Nachfahre von Nagi! Merke dir! Ich bin Susannu, der größte Krieger aller Zeiten! Höre, widerwärtige Lindwurm, der du Gewalt dieser willflosen Frau antun willst! Deine Zeit ist vorbei! Spüre den Zorn meiner treuen Klinge! Merrische Bestie! Habst du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist! Der meiner Blutlinie! Wenn es mein Schicksal ist, dem Kampf gegen das Böse zu fallen, dann sei es so! Ich brauche keine Hilfe, weder von Göttern noch Dämonen! Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen! Glitzerner Gold-Sarke! Ist das der Ach-Borifikations-Sarke, Herr Armin? Ah, scheinbar! Sind diese Wecken gelaufen? Susanne und Kushi haben einen Wunder vollbracht! Zeit, deine Magie einzusetzen, Armin! 1